hallo meine sammlerkollegen da draußen ich melde mich mal ganz kurz stark frustriert zu wort wir mussten mal wieder die dreharbeiten für den fünften teil zeugen der vergangenheit einstellen der grund regen wie immer noch kurz was was er geplant ist wir planen ja auch ein special wo alle origins figuren noch einmal komplett gezeigt werden also alle fünf waves fahrzeugen die burg alles drum und dran alles was da so gab und jetzt stapelt sich natürlich hier überall bergeweise masters of the universe und bei zeugen der vergangenheit gibt es ja mein master star wars rückblick und da gibt es diesmal die he-man figuren da stapeln sich auch gerade die figuren schon seit tagen als wir müssen reingucken das sind also richtig ich meine die meister des universums kriegen jetzt richtig tränen in die augen stapelt sich seit tagen sobald mal das wetter besser wird werden wir in der hinsicht was machen von meiner retro bar hat sogar die geldscheide weg geblasen aber ich habe hier noch ein schönes schmankerl für euch und zwar ein klapprad aus den 70er jahren und das gibt es auch bei zeugen der vergangenheit in diesem sinne ich schwimme dann wieder nach hause